Ok Leute folgender Plan Wir chillen jetzt hier hart Warten darauf Dass irgendwer Stürmen killt Den killen wir Win Der Ernst Der Ernst Irgendwo hier vor mir Irgendwo vor mir schießt er Ok 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 wir wissen schon mal dass der jetzt hier so in die Richtung ist Ist am snipen Ich will halt jetzt nicht zu aggro vorpreschen Weil irgendwann wird er kommen und die looten Und dann könnten wir den snacken Das wäre so geil Oder Jetzt kriegt der Shots von den Skeps dahinter Er schießt auf die Skeps Wir müssen nur gucken wo die Leichen gleich sind Boah das ist super fies Ich glaube auch nicht dass das klappt irgendwie Aber ich hoffe es Ja so muss man ja Tag auf eigentlich spielen Immer dieses Shift W Shift W Nur PvP Man kann doch einfach mal ruhiger taktischer Ja Und wenn man halt mal eine halbe Stunde im Bus spartet Wartet man halt Ob man hier sitzt oder liegt Was für Munis bei dir drin Ja ich denke 8 für 5 ne Reicht glaub mir Ruhig Ruhig Ihr müsst jetzt ruhig bleiben Da ist glaube ich ein Bot da Der auf ihn irgendwo schießt Ruhig 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 Ey Maxi Leute Freitag Die Rückkehr des Pizzanen hier Ich bereite mich schon mal drauf vor Boah da wird so weg gerettet ey Freitag wird so Exit gecampt Jetzt kommt der nicht? Meint ihr der schon down? Hinten Hinten Was ist da- Das ist da glaube ich dahinten Ist das der PMC? Ne Ist das noch ein Guard? Jungs, ich bin da, keine Sorge Müsst euch jetzt mal ganz kurz zusammenreißen Der war das doch, oder? Die haben alle sofort da hingeschossen Da hinten Könnte stürmen sein Wir hören doch diese Silence Shots nicht mehr Nix gesehen, einfach drauf ballern Jetzt schießt hier keiner mehr Wieso schießt hier jetzt hier keiner mehr? Unten rechts am Busch Beim LKW Vor die rechts unten Oh Ist hier da kein? Ey Fisch schon ruhig Fisch schon ruhig Danke, ohne Witz Da rennt wieder was Das ist Homie, Homie Ey, jetzt kommt der Typ echt nicht mehr her, oder was? Ja, er zerstört hier meinen übelsten Masterplan Attayu Granata Vielleicht tot Okay, okay Chat Ihr entscheidet Eins Wir bleiben liegen Und warten noch Oder zwei Wir gehen gucken, ob der tot ist Da ist er wieder Das ist er Das ist er Das ist der Erste von eben Das war eben ein anderer Warte Ja, ja, jetzt müssen wir doch nochmal warten Tut mir leid Jetzt hat er angefangen Sonst wäre ich jetzt gegangen Da geht die Action, Leute Sorry, 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 sorry Die kamen jetzt von da die Schüsse Das ist der Silenced Boy Ja, Leute Gebt Der Loot ist mit den Geduldigen, Leute Jetzt schießt der wieder nicht? Was ist denn mit diesem Silenced Typen? Jetzt wieder Ruhe Geißer Ich musste, ich musste Okay, er ist auf jeden Fall da Sollen wir den pushen? Ja, ich gehe den jetzt pushen Mir ralfts Ja, wo explodiert denn die Nate, Bro Ich müsste den eigentlich ein bisschen wenigstens getroffen haben Tot Er hat sich gehielt Habt ihr doch gesehen, wie er so geguckt hat So Oh, fuck Wir singen Atayu Atayu Granata Oh, die gehen nicht Gib mir bitte meine Ach, komm, Bro Jo Jo, danke für ohne Witz, Mann Hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt, Leute? Hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? Ach, schon wieder geil Atayu Granata Zack Jetzt haben wir natürlich das Problem Störme lebt wahrscheinlich noch Der geht jetzt richtig deinstallern Alles cool, Boys Hab ihn Ey, hat der nicht einen gekriegt, den ich fluten kann? Nicht einen? Ja, stimmt Da muss noch einer liegen Da gucken wir jetzt hin Da gucken wir Guck mal, guck mal Was, sind die schon wieder aus hier? Ich weiß halt nicht, ob die mich So, und dann erstmal kurz Timeout Und ich mach mir mal eben nen Kaffee 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 Und ich mach mir mal eben nen Kaffee